Und da sind wir wieder, Nachtzug nach Hamburg, 289. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem wunderbaren Donnerstag. Angrillen. Ist ein komischer Begriff. Trifft es auch nicht wirklich richtig, denn angegrillt haben wir ja schon letzten Samstag. Aber heute haben wir das erste Mal an der Alster gegrillt für dieses Jahr. Wir grillen immer an der Alster. Das ist also das große Gewässer mitten in Hamburg, was durch einen Rechenfehler entstanden ist. Man hat das Flüsschen Alster angestaut und hat damit ein wesentlich größeres Gebiet überschwemmt, als man ursprünglich geplant hatte. Hat es dann aber so gelassen und deswegen haben wir dieses wunderschöne Gewässer mitten in Hamburg. Und rundherum um die Alster sitzen die Leute abends draußen und viele haben ihren kleinen Grill dabei, ihren Wegwerfgrill und grillen halt. Das ist für viele unvorstellbar. In anderen Städten, wie zum Beispiel in Frankfurt, ist es eigentlich undenkbar, dass sich jeder da so seinen Grill schnappt und einfach mit an den Main nimmt. Da macht man das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es da verboten ist. Wahrscheinlich ist es da verboten, aber in Hamburg ist es doch recht liberal. Und dann liegen die Leute dann abends so rund um die Alster und natürlich auch im Stadtpark und was weiß ich sonst noch wo überall und grillen halt einfach so vor sich ein. Simi und ich und noch ein paar Freunde, wir haben es uns da richtig gut gehen lassen. Und was gehört natürlich zum Grillen dazu? Neben guten Steaks und leckere Grillsoße, Kartoffelsalat, auch ein leckeres Brötchen. Muss man natürlich nicht dazu haben. Man kann auch Weißbrot oder sonst was haben. Aber ihr wisst ja, zumindest die, die schon länger Nachtzug nach Hamburg hören, dass bei mir auf der Straße die besten Brötchen Deutschlands gebacken werden oder einer der besten Bäcker Deutschlands. Das sagt zumindest die Zeitschrift der Feinschmecker. Und bei denen war ich heute Morgen und habe festgestellt, das habe ich schon bei den letzten Malen gemerkt, irgendwie kamen mir die Brötchen, die sich da Langschläfer nennen, ein bisschen dunkler vor. Und daraufhin habe ich die Bäckerin mal angesprochen und habe gesagt, sagen Sie mal, die Brötchen, die Langschläfer, die sind jetzt ein bisschen knuspriger als sonst. Und mal sagt sie, Moment, das kann Ihnen der Chef erzählen. Und dann verschwand sie aus dem Laden und kam zurück mit Herrn Hönig. Bäckerei Hönig ist das ja auch bei mir an der Ecke und der Chef persönlich stand mir nun mit ausgestreckter Hand gegenüber, sagt, guten Tag, ich bin der Höchstnach. Ja, Schmidt, hallo, ich wohne hier seit sieben Jahren auf der gleichen Straße und kaufe immer die Langschläfer bei Ihnen. Und die kam mir in letzter Zeit ein bisschen dunkler vor. Und er meinte dann, ne, das kann nicht sein. Er ist übrigens so ein Typ älterer, gemütlicher, etwas dicklicher, aber wirklich nur etwas. Er ist nicht fett. So ein Opi-Typ mit Vollbart, mit grauen Haaren, in richtiger Bäcker halt. Aber er stand da in Zivil vor mir und sagt, nee, das Rezept ist seit vielen Jahren unverändert. Und der Gag an den Langschläfern ist, dass der Teig 24 Stunden ruht. Die formen also die Brötchen für den nächsten Tag. Dann ist bei wohl definierten Temperaturen werden diese geformten Brötchen einen Tag gelagert und dann am nächsten Tag gebacken. Und das führt dazu, dass ein Teil der Stärke in den Brötchen abgebaut wird zu Malz. Und der ergibt dann diese satte, dunkle Farbe, macht diese Dinger so knusprig, macht sie so umwerfend lecker natürlich auch und vor allen Dingen lange haltbar. Wenn man die früh kauft und man isst sie abends, dann schmecken die, als wären sie gerade frisch gebacken. Und das finde ich, das hat man bei vielen Brötchen nicht und ganz schlimm sind ja diese sogenannten, nicht Backshops heißen sie nicht wirklich, sondern die heißen Brot und Brötchen, diese Schnellbäckereien, ja, die die Teiglinge, was weiß ich, aus Polen oder irgendwo hin, irgendwo her importieren. Dann sind da natürlich keine Bäcker angestellt. Es sind Hilfskräfte einfach, die gerade mal immer die Brötchentaste am Ofen drücken und der Ofen ist computergesteuert und hast du nicht gesehen und bäckt dann da wohl definierte, eine gewisse Zeit und dann sind hinterher einfach die Brötchen fertig. Und so schmecken sie dann auch. Wenn sie frisch aus dem Ofen kommen, schmecken sie lecker, da kann man nur nicht viel falsch machen. Aber wenn die einen halben Tag alt sind, kannst du sie wegschmeißen, kannst du eigentlich vergessen. Und der Herr Hönig nannte heute sein Backverfahren Slow Baking. Es ist witzig, das aus dem Mund eines älteren Herren zu hören, vor allen Dingen so einen lustigen Begriff, aber ich glaube, das ist es, was es ausmacht. Die Liebe zum Handwerk, Gemächlichkeit, Zeit nehmen und dann entstehen richtig leckere Produkte. Und dann kostet halt so ein Brötchen 33 Cent. Aber dafür schmeckt es auch gut und es ist ja hier etwas, was man in sich reinschiebt, was man sich selbst antut. Da muss es nicht wirklich ein Brötchen für 15 Cent aus der Schnellbäckerei Brot und Brötchen. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. In Hamburg gibt es sie mittlerweile an jeder Ecke. Finde ich persönlich ganz, ganz schrecklich. Vor allen Dingen schmeckt es mir da nicht. Eure Meinung dazu ist wie immer gern gehört unter nachtzug.email.de oder als Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de Ihr könnt mir auch was auf den Nachtrufbeantworter sprechen unter 040 600 201 554 erreicht er den. Da könnt ihr auch den aktuellen Nachtzug nach Hamburg immer telefonisch abrufen. Das war es für heute. Danke fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade hört. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.